Die vergangenen Tage waren wie ein Traum. Gemeinsam mit meiner Familie in Sulani. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Gabriel ist natürlich auch dabei. Irgendwo ist er ja auch Teil meiner Familie. Niemanden kenne ich so gut wie ihn. Und ich glaube, langsam entwickelt sich wieder etwas zwischen uns. Ob er der Richtige ist? Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der 62. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part ist unsere Familie Potter ja ans Meer gefahren und sie sind tatsächlich noch immer dort. Also werden wir jetzt auch diesen Part hier auf Sulani verbringen und einfach schauen, was die Familie Potter dort so machen wird. Ich hab selbst noch keine Ahnung, also ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Und wie immer, falls euch mein Let's Play gefällt, vergesst nicht mich zu abonnieren, meine Videos zu liken und auch zu kommentieren. Besonders Kommentare sind für den Algorithmus wirklich sehr, sehr wichtig. Aber gut, wir starten jetzt in den Part hinein. Und mit diesem zuckersüßen Bild starten wir in den Part hinein. Wir sehen hier, Emma teilt das Bett mit Gabriel. Also die beiden schlafen zusammen im Doppelbett und er steht jetzt auf, weil er möchte mir natürlich das Intro versauen. Auf jeden Fall haben die beiden hier heute Nacht gemeinsam nebeneinander geschlafen. Ansonsten ist natürlich nichts passiert, aber sie haben sich eben ein Bett geteilt. Wir wissen ja auch, dass die beiden sich so langsam wieder einander annähern, als sehr unattraktiv empfunden. Emma, ist das jetzt ein Scherz? Okay, keine Ahnung, was mit Emma auf einmal los ist. Auf jeden Fall empfinden die beiden tiefe Verbundenheit füreinander. Sie sind nur Freunde derzeit, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat Emma ja vor ungefähr 100.000 Jahren Gabriel gebeten, dass sie eben die romantische Beziehung sein lassen und nur noch Freunde sind. Aber was soll ich sagen? Ich bin Team Gabriel. Also ich bin der Meinung, Emma sollte mit Gabriel enden. Und ihr seid auch der Meinung. Also ich habe wirklich sehr viele Kommentare bekommen, die eben auch der Meinung waren, dass Emma und Gabriel wieder zusammenkommen sollen. Und das finde ich sehr, sehr süß. Und ich hätte gesagt, wir gehen das in diesem Part jetzt dann auch an. Also ich hätte gern, dass die beiden heute zusammen auf ein Date gehen. Aber ich lasse Emma jetzt erstmal ausschlafen. Dann können wir zusammen Frühstück machen und einfach den Tag als Familie gemeinsam verbringen. Sobald die Kids dann von der Schule wieder daheim sind, werden auch die endlich herkommen. Denn heute ist wie gesagt Freitag und dann ist ja Wochenende. Das heißt, Samstag und Sonntag können die Kids zumindest auch in Solani verbringen. Und am Abend werden Emma und Gabriel eben auf ein Date gehen. Darauf freue ich mich wirklich schon sehr. Und ich hoffe, das geht sich alles in diesem Part noch aus. Aber ich schaue mal, was alle so machen. Okay, hier ist schon wieder ein fremder Mann. Ich möchte nicht, dass du da bist. Ja, egal. Die meisten der Familie sind gerade in der Küche. Daisy macht, was eine Daisy macht und hat hier einen Schlammbad genommen. Violet unterhält sich mit ihrem Vater. Ivo kümmert sich gerade um das Frühstück und auch Jared ist gerade dabei zu essen. Sieht also so aus, als könnten sie sich gut um sich selbst kümmern. Ich glaube, Emma wird jetzt aber doch nochmal für alle Frühstück machen, weil irgendwie glaube ich, Ivo wird nur etwas für sich errichten. Deshalb wird es jetzt mal für alle arme Ritter machen und kann dann auch schon aufstehen. Es ist zwar erst halb sieben Uhr früh, aber ja, es sind eben auch schon alle anderen wach. Fragt mich nicht, warum. Die halben davon haben auch nicht geschlafen. Vielleicht braucht diese Familie einfach keinen Schlaf. Ich weiß nicht. Ich liebe es übrigens, wie Gabriel geht. Er geht einfach so verträumt. Ach, Gabriel, du bist so toll. Und Emma fühlt sich natürlich auch noch traurig. Also Sirius ist ja leider weggelaufen. Deshalb hat sie jetzt die Stimmung, ich vermisse meinen flauschigen Freund. Hat Emma irgendetwas Falsches gesagt oder getan? Das Haus fühlt sich leer an, wenn ein Tier weggelaufen ist. Ja. Sobald wir dann wieder zu Hause sind, müssen wir dann auch am Computer oder Telefon eine Vermisstenmeldung aufgeben, damit Sirius so schnell wie möglich wieder da ist. Ansonsten versteht sich die Familie hier aber wirklich gut. Ich finde es auch super süß, dass sie die ganze Zeit miteinander Interaktionen machen. Also die Kids von Emma unterhalten sich wirklich die ganze Zeit. Ich weiß zwar nicht über was, ich kann sie ja leider nicht steuern, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und Emma, du könntest eigentlich alle zum Essen rufen und nicht einfach allein eine Portion nehmen. Das ist gar nicht so lieb von dir. Und jetzt stellt sie es natürlich draußen ab. Wie sollte es anders sein? Immer alles möglichst kompliziert. Oh, und da haben wir auch noch die Asche. Falls ihr euch erinnert, beim letzten Mal stand ja das halbe Haus in Brand. Zumindest die halbe Terrasse. Das war auch sehr, sehr schön. Das war wirklich toll. Und natürlich habe ich mich auch nicht darum gekümmert, dass hier die Luftmatratzen in der Luft fliegen. Ich hatte eben andere Dinge zu tun. Und wir schicken Livia natürlich alleine los. Immerhin sind wir jetzt hier bei der Family und nicht in Hanford-on-Bagley. Ich finde es übrigens auch spannend, wie sehr Emma ihren Kindern immer vertraut. Also sie hat die Teenager ja mal alleingelassen, also als Daisy, Violette und Ivo noch Teenager waren. Und jetzt lässt sie schon wieder eine Teenagerin und zwei Kinder allein. Wobei Nine Rose ist auch da. Und die ist ja erwachsen, die wird sie schon um alles kümmern. Oh, wie süß. Jetzt sitzt die Familie hier gemeinsam und alle unterhalten sich. Oh, ich liebe die Familie einfach. Okay, Emma hat genug. Alles klar. Ist nicht so schlimm. Gabriel kümmert sich jetzt auch noch um den Haushalt. Und Emma wollte das eigentlich auch gerade machen, aber sie hat es aufgegeben. Never mind, dann helfe ich euch halt ein wenig. Und das kommt noch in den Kühlschrank, damit es nicht schlecht wird. Was ist das? Gartensalat von Ivo hergestellt. Ach, den kann ich nicht nehmen. Schade. Und Lukas Mann schruft schon wieder an. Wie könnte es anders sein? What? Lukas Mann schruft an und sagt, Ivo Sigworth und ich haben vor, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Soll ich mich darauf wirklich einlassen. Lukas ist der Vater von Oran und Flora. Ivo ist Emmas Kind. Im letzten Part hat Lukas ja gesagt, er hat sich in Janet verliebt, die ja die Ex-Freundin von Emmas Tochter ist. Und jetzt möchte er sich auch noch mit Emmas Sohn anfreunden. Lukas, das ist stalkerhaft. Wir sagen, es tut mir weh, das zu sagen, aber lass es. Es ist nämlich absolut nicht cool von dir. Und stimmt, eine Sache weiß ich jetzt gar nicht, ob ich im letzten Part schon angesprochen habe. Die ist mir aufgefallen, als ich das Thumbnail gemacht habe. Dann kann ich es ja letztes Mal gar nicht angesprochen haben. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall betrifft es nämlich unsere Daisy. Ich habe nämlich gesehen, Mami's Mädchen. Oh. Beste Beziehung mit einem entspannten Elternteil. Oh mein Gott, ist das süß. Das habe ich noch nie gesehen. Aber auf das wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass Daisy und Sidney ja nicht gemeinsam hier sind. Und dann habe ich in den Beziehungen gesehen, dass Daisy und Sidney sich absolut nicht mehr verstehen. Und Daisy auch eine Stimmung hatte, koketter Ehegatte. Also das ist die Stimmung, die Sims haben, wenn sie ihren Ehemann beim Betrügen erwischen. Also ihren Ehepartner. Das bedeutet, Daisy hat anscheinend Sidney dabei erwischt, wie er mit jemand anderem geflirtet hat. Genaue Details weiß ich natürlich nicht. Das müssten wir uns nochmal genauer anschauen. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich davon halten soll. Weil eigentlich waren Sidney und Daisy für mich immer Endgame. Aber ich weiß halt nicht, was vorgefallen ist. Also kann sein, dass er mit wem anders nur geflirtet hat. Kann aber auch sein, dass er wirklich fremdgegangen ist. Ich weiß es nicht. Schreibt mir da eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Denn wenn ihr wollt, können wir gerne im nächsten oder übernächsten Part mal bei Ihnen vorbeischauen und schauen, was da los ist. Und vielleicht werden wir dann mit Daisy ausziehen. Je nachdem, was da vorgefallen ist. Ja. Finde ich natürlich sehr, sehr tragisch. Aber auch sehr, sehr spannend, dass irgendwie jeder seine eigene Geschichte entwickeln möchte. Weil Ivo ist ja auch mit jemand anderem verheiratet, als wir eigentlich wollten. Nur Violet. Ach so. Ja, die ist offiziell noch Single und hat aber ein Kind. Den Tobias. Ach genau, den hat sie gemeinsam mit Sarah adoptiert. Und Sarah und sie, die sind ja zusammen. Also verlobt oder so sind sie jetzt noch nicht. Aber sie sind zumindest zusammen. Und ansonsten, genau, Jared ist verheiratet mit Octavia. Das ist auch noch gleich. Rose hat noch niemanden und die anderen sowieso nicht. Ja gut. Schön, dass mein Spiel die Geschichten von selbst erzählt. Dann muss ich nicht so viel nachdenken. Und nun merkt man, dass Gabriel und Daisy nicht zu viel geschlafen haben. Die machen hier einen Nap auf der Couch. Ivo muss auch schlafen und auf die Toilette. Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Und Jared ist kokett. Ja, eigentlich könnten Emma und Jared nochmal über Octavia sprechen. Sie wird ihm jetzt einfach mal zur Hochzeit gratulieren und auch nochmal ansprechen. Ganz so cool war das nicht von dir. Aber das weißt du mittlerweile ja schon. Und dann wird sie ihm einmal den Tag verschönern. Was stand hier? Wow, du bist jetzt verheiratet. Glückwunsch. Und ist dies wirklich der beste Tag deines Lebens? Das ist schon wieder so eine verbackte Übersetzung. Wow. Finde ich einfach nur toll, dass anscheinend bei Übersetzungen immer wieder eingespart wird. Denn das ist nicht der erste Fehler, der mir untergekommen ist. Und jetzt sitzt die Familie hier und schaut sich gemeinsam eine Romanze an. Ich möchte da jetzt irgendwie kurz mitschauen. Irgendwie finde ich das immer spannend. Oh mein Gott, da war gerade ein Auto. Unfall. Da haben wir irgendeinen reichen Mann und irgendeine reiche Frau. Und ja, okay. Das ist mir ein bisschen zu dramatisch. Ich schaue doch nicht mit. Aber die Familie verbringt jetzt einfach einen entspannten Vormittag. Emma und Jared unterhalten sich noch immer. Sie werden jetzt auch mal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und dann würde ich gerne mit ihm über Ängste reden. Können wir das? Nein. Sie hat nämlich wieder eine Angst. Genau. Nach dem Erfüllen von Wünschen über Ängste reden. Und sie wünscht sich jemanden zu küssen. Ja, ich glaube, dann muss sie heute am Abend eben mit Gabriel darüber reden, wenn die beiden auf ihrem Date sind. Ich bin echt schon gespannt, was da passieren wird. Und Emma verschwindet aus dem Rampenlicht. Das ist nicht cool. sich selbst Zuspruch geben. Da ist kein Spiegel. Das ist creepy. Emma, weißt du was? Du kannst mal mit Gabriel schwimmen gehen. Das finde ich sehr, sehr süß. Du kannst hier mal herumschwimmen. Diese Familie ist einfach so großartig. Ich weiß, ich sage es in jedem Part, aber ich finde es einfach großartig. Neue Marotte? Emotionsbombe? Emma findet es schwierig, ihre negativen Gefühle auf gesunde Weise zu verarbeiten. Von Gefühlen wie Wut oder Angst wird sie schnell überwältigt. Und das Ergebnis ist immer ein emotionaler Zusammenbruch. Oh wow. Toll. Finde ich großartig, Emma. Kannst du jetzt mit Gabriel reden? Könnt ihr irgendwas zusammen machen? Ja, sie kann ihn mit Wasser anspritzen. Wenn das funktioniert, obwohl sie so wütend ist. Ich weiß ja nicht. Hör auf, herumzuspringen. Äh, herumzuschwimmen. Das ist das Wort. Sie springt nämlich nicht, sondern sie schwimmt. Und jetzt haut er ab. Ich will schwitzen. Was für ein Rausch. Emma möchte Fitness mögen. Ja gut. Ich meine, bis jetzt warst du in deinem Leben noch nicht so sportlich. Aber wenn du jetzt damit anfangen möchtest, immerhin wirst du bald zur Seniorin. Könnte ja sein, dass Emma jetzt merkt, hey, vielleicht sollte ich was für meine Gesundheit tun und einfach schauen, dass ich ein bisschen aktiver bin. Ich meine, wirklich faul war sie ja auch nicht. Sie hat ja immer sehr viel gearbeitet und war dadurch eigentlich schon den ganzen Tag auf den Beinen. Aber ich glaube, regelmäßig Sport zu machen würde trotzdem nicht schaden. Ja, wenn sie das jetzt mag, könnte sie ja eigentlich gleich mal mit Daisy zusammen joggen gehen. Kann man zusammen joggen gehen? Weil Daisy war ja auch immer sehr sportlich. Daisy, wo bist du denn? Ach, hier bist du. Ich möchte jetzt eine Gruppe mit Daisy bilden. Und dann schauen wir, kann man gemeinsam joggen gehen? Ich befürchte leider nicht. Ich habe es noch nie probiert. Energiegeladen joggen. Ja, ich glaube, jetzt geht sie allein, oder? Kann man zusammen joggen? Weißt du, das wäre von euch? Das wäre irgendwie schon sehr cool. Okay, sie geht alleine und checkt daweil ihr Handy und irgendwie läuft sie auch im Wasser herum? Ja, ich habe irgendwie vergessen, dass sie ja auf einer Insel sind. Wow. Ich glaube, sie gehen ganze zwei Minuten joggen. Klasse. Emma, du bist genauso eine gute Joggerin, wie ich es bin. Juhu. Und jetzt streitet sie einfach mit Violet. Emma, ich weiß, du hast deine Emotionen gerade nicht im Griff, aber Violet ist jetzt verletzt. Emma, du entschuldigst dich jetzt sofort bei deiner Tochter. Du machst jetzt eine geschickte Entschuldigung. Du bist zwar wütend, aber du kannst deine Wut nicht einfach bei deiner Tochter auslassen. Das ist nicht okay. Dann wird sie jetzt einmal von Fitness schwärmen und einen Polizistenwitz machen. Ich möchte, dass sich Emma wieder gut fühlt, aber irgendwie passiert das nicht. Aber jetzt haben sie auch eine positive Stimmung miteinander. Absolute Verehrung. Lebensstil-Stubenhockerin? Okay, das wusste ich nicht. Wir haben jetzt 15 Uhr und alle Kinder sind jetzt von der Schule wieder da. Oran hat die Unterrichtswoche beendet. Er hat sich gut geschlagen, könnte aber trotzdem noch eine Schippe drauflegen. Okay. Livia ist eine Dreier-Oberschülerin und Flora geht es gleich wie Oran. Aber zumindest können jetzt alle hierher kommen. Gemeinsam Urlaub machen. Gemeinsam Urlaub machen und gemeinsam. Das funktioniert nicht. Oh, oh. Ja, dann muss ich ihn einfach so hier hinbringen. Oh, Oran besucht nur Emma, die gerade Urlaub macht. Wenn Oran auch Urlaub machen soll, kann Emma Oran über die Beziehungsleiste oder die Kategorie Aktionen zu einem gemeinsamen Urlaub einladen. Ähm, ich glaube leider, wir sind zu viele Leute. Ja. Wir sind zu viele Leute. Das ist jetzt natürlich blöd. Daran kann ich aber nichts ändern. Aber Emma wird jetzt mal hingehen und Flora wegen dem vermissten Tier trösten und einfach sagen, Sirius wird ganz bestimmt bald wieder auftauchen. Ich verspreche es dir, alles wird wieder gut. Rose kann echt eine Rakete. Hier haben wir unsere Livia, die sitzt natürlich schon im Haus und ist. Sie ist leider sehr traurig, weil unser Sirius weggelaufen ist. Wer ist denn verstorben? Verlust in der Familie, weil einen nahestehenden Sim verloren hat? Du kennst keine Geister. Oh, vielleicht ist Mila Silverswater verstorben. Also die Mutter von Lukas Munch. Ich meine, wenn wir uns ganz ehrlich sind, sie kannten ihre Großmutter nicht. Deshalb werde ich das jetzt löschen, weil es ist ein bisschen unnötig, dass sie traurig ist, weil eine Person gestorben ist, die sie nicht mal kannte. Weil woher soll Flora denn überhaupt wissen, dass sie verstorben ist? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Und Flora wird jetzt eine Kleinigkeit essen, während Emma hier draußen noch mit Orem plaudert. Ich habe Angst, dass er bald wieder geht. Deshalb werden die beiden jetzt zusammen einfach mal eine Sandskulptur bauen. Livia, was machst du? Livia macht gerade nichts tatsächlich. Können wir mit dir irgendeine coole Storyline spielen? Oh, stimmt. Wir sind ja in Sulani. Das heißt, hier gibt es mehr Jungfrauen und mehr Männer, glaube ich, heißt das. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Livia wird jetzt mal alleine losgehen und einfach so ein bisschen herumspazieren. Und wer weiß, vielleicht trifft sie ja auf ein übernatürliches Wesen. Wo könnten wir denn hingehen? Sigworth. Oh, hier lebte anscheinend mal der Mann von Ivo. Und jetzt leben jede Menge andere Leute hier. Rory hat auch in die Sigworth-Familie eingeheiratet. Spannend, spannend, spannend. Okay. Ich glaube, wir reisen einfach mal hier rüber. Das ist zwar offiziell ein Wohngrundstück, aber ich möchte mir das trotzdem ansehen. Vielleicht entdecken wir ja irgendwas Cooles. Wer weiß, Livia möchte ja immer alles entdecken, besonders wenn es um Übernatürliches geht. Also schauen wir mal, was wir da so finden werden. Und hier sind wir. Hier wohnt leider niemand. Schade, ich würde da gerne reingehen. Aber das funktioniert leider nicht. Aber hier ist eine mysteriöse Höhle. Da war ich tatsächlich noch nie. Und die können wir erkunden. Dann werden wir das gleich mal machen. Ich bin schon gespannt. Vielleicht lernt sie da ja irgendjemanden kennen oder findet irgendetwas. Stimmt, Livia hat jetzt Angst vor dem Lebensende. Ich glaube, das ist seitdem ihr Opa gestorben ist, wenn ich mich richtig erinnere. Den sie auch nicht kannte. Oh, wow. Warum kennen denn unsere Kinder eigentlich niemanden? Das verstehe ich nicht ganz. Und sie hat so viele Geschwister? Ableben durch Killerhuhn? Ihre Stiefschwester wurde von einem Huhn getötet? Wusste ich das schon? Lenny, hast du... Ja, du hast noch jede Menge Kinder. Oder? Ach, ich bin verwirrt. Der Stammbaum ist mir schon ein bisschen zu kompliziert. Und einfacher wird's nicht mehr werden. Was hat Livia entdeckt? Fledermauskolonie. Über dem Kopf von Livia schlief eine Fledermauskolonie eng aneinander gedrängt. Vorsichtig, um sie nicht zu wecken, betrachtet sie die Kolonie und stellte fest, dass Fledermäuse echt niedlich sein können, wenn sie nicht da rumflattern. Das ist so typisch, Livia. Wobei ich sagen muss, ich finde Fledermäuse eigentlich immer cool. Livia, wo bist du denn jetzt? Ähm, kannst du wieder rauskommen? Äh, Livia? Okay. Oh wow, ich dachte, sie ist für immer in dieser Höhle in Sulani. Das wäre ungünstig. Was ist das? Können wir das auch erkunden? Und sie geht wieder in die Höhle. Gut, das war ein Fail. Aber wer weiß, vielleicht entdeckt sie jetzt hier etwas anderes. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Labertunnel. Livia unternahm einen Ausflug in die Höhle, indem sie durch die zahlreichen Labertunnel navigierte, die sich bei der Entstehung der Insel gebildet hatten. In einem Tunnel erblickte Livia eine Gruppe seltener Kristalle. Sie versuchte ihr Glück, lockerte ein paar und nahm sie mit an die Oberfläche? Amazonid. Ungewöhnlich. Wie cool. Dann hat sie noch ganz viel andere Sachen und ein Schulprojekt. Aber das finde ich sehr, sehr cool. Wer bist du? Kind, bist du ein Meerjungmann? Oh, das ist ihr Bruder. Ich sollte mir vielleicht zumindest meine eigenen Sims merken. Das wäre toll. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, kennt sie doch sogar schon einen, oder? Also Jonas ist doch Kind der Inseln. Liebt Jonas hier? Weißt du was? Schreib Jonas mal an. Geh mal auf Sozialhase. Wir öffnen jetzt mal Sozialhase. Ähm, da passiert immer so viel und ich schaue mir das nie an. Livia, hast du mal darüber nachgedacht, Gitarre zu lernen? Okay, ja. Gut. Sie schreibt ihm jetzt einfach mal eine freundliche Nachricht. Jonas Colette. Dein Style ist fantastisch. Zeig mir, wie du das machst. Und dann wird sie ihn taggen in einer freundlichen Nachricht. Und was hat sie jetzt geschrieben? Ob moralische Unterstützung oder Ratschlag, Jonas ist immer für mich da. Finde ich absolut großartig. Kann man hier sonst nichts entdecken? Oh. Man kann hier duschen. Ich weiß ja nicht, ob sie das machen würde. Was ist das? Ach, dann kann man noch Müll aufräumen. Und hier haben wir eine Tarot-Wurzelpflanze. Ja, so spannend finde ich das hier jetzt nicht. Hier könnte man graben. Hier ist eine Residenz. Jonas und Livia sind soeben gute Freunde geworden. Oh, wie cool. Ich würde gerne wissen, wo du wohnst. Wie geht? Ähm, das sieht irgendwie wie eine sehr eklige, giftige Quelle aus. Ja. Da ist ein Vulkan. Wisst ihr, wie lange ich dieses Pack schon habe und mir ist noch nie aufgefallen, dass hier einfach ein Vulkan ist? Ich bin echt nicht gut in Dinge entdecken. Was wächst hier? Andernas Pflanze. Und Emma wird angerufen. Lenny Shaw. Jetzt ist die Nachricht weg, aber Lenny hat auf jeden Fall geschrieben, ich habe gehört, Gabriel und du seid jetzt gute Freunde. Ich könnte mir vorstellen, er hat sowas geschrieben wie, hey, ich habe gehört, du und Gabriel. Ihr seid euch jetzt wieder näher gekommen. Ich freue mich für dich. Das wollte ich dir nur sagen. Ich freue mich sehr für dich und immerhin bin ich mittlerweile auch verheiratet. Ich weiß gerade nicht mehr mit wem. Livia ist Lennys Kind. Genau. Lenny ist verheiratet mit Alice Shaw. Gut. Und deshalb freue ich mich natürlich auch, wenn du glücklich wirst. Ja, hier sind leider keine mehr Jungfrauen. Wann ist das Sarah? Oh, Kaori. Das ist die Ex-Frau von Gabriel, äh, Ex-Verlobte, die eigentlich in Mount Comoraby wohnt. Was tust du hier? Äh, ähm, Alarmstufe Rot. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, dass Emma und Gabriel auf ein Date gehen. Ja, ich glaube, das werden sie tatsächlich auch machen. Und ich hoffe, Kaori taucht da nicht auf. Offiziell haben sie sie ja noch nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, ob Livia sie gesehen hat. Aber ja, Emma und Gabriel definitiv nicht. Aber gut, wir werden jetzt mit den beiden auf ein Date gehen. Ich habe dafür nämlich jetzt extra ein Restaurant platziert. Und zwar hier das Sulani-Restaurant. Und da wird Emma jetzt, oh mein Gott, sie hat ja so viele romantische Beziehungen, mit unserem Gabriel hinreisen. Ich freue mich so für die beiden. Ich hoffe, es geht gut. Also man weiß das ja nie. Manchmal sind Sims leider sehr eigensinnig. Aber ich hoffe mal aufs Beste. Und hier sind wir. Ja gut, Emma ist kein Promi mehr. Finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Dann wird sie jetzt mal zu Gabriel hingehen und keinen Witz über Hochzeit machen. Ähm, und auch ihm nicht zur Verlobung gratulieren. Sie wird ihn einfach mal bewundern. Weil Gabriel ist toll und Emma findet Gabriel toll. Und das finde ich großartig. Hier ist ein Wehrwolf. Hallo Jacob, was machst du hier? Falsches Let's Play. Hier ist noch ein Wehrwolf. Luna, ähm, nein, wir brauchen euch hier nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal um einen Tisch bitten. Ich glaube, wir nehmen einfach den hier. Den finde ich süß. Emma fühlt sich unwohl. Ach, ich glaube, dass die sich jetzt nicht so gerne mögen, weil als sehr unattraktiv empfunden. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Das ist von dem Bug. Den hatte ich ja letztens auch. Ja gut, wir müssen das jetzt neu einstellen. Ich meine, Gabriel war ihre erste große Liebe. Das heißt, ich werde das jetzt einfach wählen. Nicht so. Ach, ich merke mir einfach nie, wie das geht. Attraktivität. Äh, entwickle die, nein, entwickle die Einstellungen von Emma. Und dann hier. Entwickle basierend auf ausgewählten Sim. Und dann nehme ich einfach Gabriel. Und anhand von dem wird sich das jetzt ändern, glaube ich. Manchmal dauert das ein bisschen. Aber das ist jetzt halt nicht gut, weil in Wirklichkeit waren die mit 16 schon verliebt. Es wird jetzt nicht auf einmal sein, dass sie sich denkt, oh mein Gott, er ist so hässlich. Vor allem, weil er noch immer gleich aussieht wie damals. Können wir jetzt um den Tisch bitten? Gabriel ist irgendwie verschwunden. Ganz nach Plan läuft es nicht. Könnt ihr euch bitte da zusammen hinsetzen? Sims. Okay. 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 Sie fühlt sich kokett. Heißes Date zum Abendessen, weil im Restaurant um Tisch gebeten hat. Abendessen check. Der absolute Lieblings-Sim von Emma check. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Findet sie ihn jetzt attraktiv? Als äußerst attraktiv empfunden. Das meinte ich. Ja, das passt schon viel, viel besser. Und dann werden wir jetzt gleich mal für den Tisch bestellen. Ähm, okay. Was werden wir bestellen? Ich glaube, Emma möchte eine Mimosa trinken und Gabriel trinkt Whisky Sour. Vorspeise essen wir jetzt mal keine, aber natürlich einen Hauptgang. Empfehlung des Hauses ist Käsepizza. Finde ich großartig. Äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht. Emma isst einfach mal einen Veggie-Burger und Gabriel isst Macaroni mit Käse. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt ausgewählt habe, aber das ist jetzt einfach so. Und während die hier aufs Essen warten, wird sie ihn jetzt einfach nochmal nach seiner Karriere fragen. Einfach fragen, wie läuft es bei dir? Läuft alles so, wie du es dir vorher gestellt hast? Wir haben ja schon so lange nicht mehr allein wirklich miteinander gesprochen. Und jetzt kommt natürlich der Kellner und unterbricht das Gespräch. Ist das nicht immer so? Und dann wird sie ihm mal sagen, dein Ausfit ist wirklich toll. Also diese Badehose, ich liebe sie einfach. Gabriel arbeitet noch immer als Amateur-Unterhalter bei Rampenlicht. Ja, befördert wurde er anscheinend leider nie. Tut mir so leid, Gabriel. Ich weiß, du hast von einer großen Musikkarriere geträumt. Die blieb dir leider vergönnt. Hey, wieso streichen die denn jetzt? Oder diese Gesundheit? Okay. Ich habe wieder mehr Mods im Spiel und die verwirren mich ein bisschen. Ich glaube, wir müssen die Stimmung mal auflockern. Emma wird mal einen schmutzigen Witz erzählen. Und dann wird sie mal versuchen, ihn anzuflirten. Ganz subtil. Nur ein bisschen. Und er ist natürlich voll dabei. Wie könnte es anders sein? Es ist Gabriel. Und es ist Emma. Frage nach Attraktivitätspräferenzen? Ja, frag mal. Das würde mich auch interessieren. Dann wird sie einen Anmarschbruch loslassen. Und dann wird sie ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Vielleicht einfach so was wie, hey, Gabriel, hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht? Was wäre, wenn wir wieder etwas miteinander anfangen würden? Meinst du, es würde funktionieren? Und das Essen ist nicht da, weil der Kellner es leider fallen gelassen hat. Finde ich toll. Setzt euch wieder hin. Es lief doch alles gerade so gut. Ich möchte, dass ihr euch weiter unterhaltet. Ähm, zusammen sitzen. Bitte sitzt doch zusammen. Euer Essen wird garantiert kommen. Jetzt wechseln sie aus irgendeinem Grund Seite. Ich weiß auch nicht warum. Dann wird sie jetzt einmal von Fitness schwärmen. Das hat sie ja neu für sich entdeckt und einfach sagen, hey, ich glaube, ich möchte jetzt mehr auf meine Gesundheit achten. Wie geht's dir eigentlich? Bist du gesund? Keine Ahnung. Was unterhält man sich eigentlich? Kann ich mich überhaupt mit Menschen unterhalten? Manchmal, wenn ich Videos aufnehme, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie normale Menschen miteinander sprechen. Aber gut, dann, ja, werden wir nicht fragen, ob er Single ist, weil wir wissen, dass es nicht ist. Ach, die unterhalten sich schon von selbst. Die beiden können das. Sie reden über Musik. Natürlich reden sie über Musik. Das war ja etwas, was die beiden irgendwie von Anfang an verbunden hat. Oder zumindest etwas, das Emma an Gabriel fasziniert hat, weil er ja so der Musiker war, als sie sie kennengelernt haben. Und irgendwie ganz anders, als Emma das bisher gekannt hat. Also, wenn ihr euch noch daran erinnert, Emmas Eltern waren ja sehr karriereorientiert. Und Gabriel war irgendwie genau das Gegenteil. Und jetzt flirten die beiden. Irgendwie glaube ich, wir bekommen kein Essen mehr. Gibt's hier irgendwo eine Bank? Ich würde gerne mit Gabriel noch irgendwo anders hingehen. Ach, hier gibt's absolut gar nichts. Das ist ja romantisch. Oh mein Gott, da ist eine Bank. Ihr geht da jetzt hin. Ihr geht da jetzt zu dieser Bank. Das Essen kommt sowieso nicht mehr. Ja, wir wollen das Essen abbestellen. Das kriegen wir nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das kommt heute nicht mehr an. Aber die beiden setzen sich jetzt hier an diese einsame Bank. Wir ignorieren jetzt, dass da ein wütender Werwolf vorbeigelaufen ist. Das ist gar nicht passiert. So. Gabriel hat irgendwie noch die Speisekarte in der Hand. Auch das ignorieren wir. Das ist jetzt ein romantischer Moment. Gabriel, zieh dir was an. Ich cheat mal hier ein bisschen ihre Bedürfnisse rauf, damit es ihr ein bisschen besser geht. Und dann werden sie jetzt noch mal miteinander flirten. Okay. Nein, nicht für Tisch bestellen. Kann mein Spiel einmal das machen, was ich will? Wir setzen sie mal zurück. Ja. Jetzt gehst du zu Gabriel hin und wirst mit ihm flirten. Okay. Sehr gut. Emma geht wieder zu Gabriel hin und flirtet ihn an. Oh. Es ist so süß. Und jetzt, das erste Mal seit 20 Jahren, wird sie versuchen, Gabriel zu küssen. Oh mein Gott. Warum denkt sie an? Eine Unterhose mit Herzen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist so süß. Und jetzt wünscht sie sich hier, Gabriel zu knudeln. Ja, das können wir sehr gerne machen, Emma. Und jetzt wird sie Gabriel nochmal knudeln. Und dann können wir mit ihm normalerweise auch über Ängste sprechen. Können wir nicht? Wieso nicht? Ich verstehe es nicht. Hier steht doch, nach dem Erfüllen von Wünsche über Ängste reden. Hier, über Ängste reden. Das ist aber auch sehr gut versteckt. Ja. Und jetzt sind die beiden ja irgendwie fast wieder zusammen. Also zumindest haben sie sich aneinander angenähert. Und jetzt verschwindet Gabriel. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein paar Kleinigkeiten mit Kaori aussprechen muss. Immerhin sind die beiden offiziell, glaube ich, noch verlobt. Aber ich glaube, dass es Gabriel gleich wie Emma geht. Und dass er jetzt merkt, dass die beiden in Wirklichkeit füreinander bestimmt sind. Sie fühlen sich einfach unglaublich gut, wenn sie zu zweit sind, wenn sie beisammen sind. Und ich glaube, Gabriel und Emma wird unser Happy End. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wie immer über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!